Holla, Drio! Da sind wir wieder! Oh, ich bin viel zu weit geritten. So, wieder hier hoch. So. Wir sind immer noch da in der Gilde. Ist ganz witzig. So. So, hier wollen wir nach oben. Oh lol. So. Zack. So, bringen wir erstmal den hier um. Der macht mehr Schaden, nämlich. Als der da. So. Wir wollen aber bloß zum Mondbrunnen, da nach oben. Da hinten. Die müssen wir gar nicht töten. So. So. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Booms. Boom. Boom, boom. Boom. Dann pack ich mich drauf. Boom. Boom. Ich bin lokal. So. So, da hinten ist der Mondbrunnen. Boink. Boink. So. Gut. Das ist Teufelsstoff. Junge. Teufelsstoff ist guter Stoff. So. Teufelsstoff ist guter Stoff. Und guter Stoff ist Teufelsstoff. Das ist zu weit entfernt. Booms. Okay. Zack. Wir brauchen gleich zwei Teufelsstoffe für einen Mondstoff. Wird auf jeden Fall verwahrt. Denn, wie gesagt, drei bodelosen Taschen wären noch nice. Wie viel bist du wert? Guck mal an, wieder ein Gold mehr. So. Dann töten wir den da. Und geben dort unten die Quests ab. Leute, wir sehen uns dann wieder beim Questpunkt von dem Smaragd-Dingsbums-Kreis. Hallo, da sind wir wieder. Geben wir hier mal fix die Quest ab. Bringt die leere Feldflasche zum Mondbrunnen im Zentrum von Jadena und füllt sie. Brunnen im Zentrum von Jadena und füllt sie. Gut. Machen wir. Für töten wir hier den Baba. Da reiten wir jetzt schnell mal nach hinten. Und dann treffen wir uns, nachdem wir den Baba dann gekillt haben. Können wir es dann gleich schon mal sagen. Dann treffen wir uns dann wieder vor Jadena. Ja. Denn Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich 50% meiner Folgen quasi Laufwege und Wartereien und was weiß ich ist, ja. Und ich doch einfach mal mehr skippen kann. Und ja, kann ich. Ich werde mir wünschen, der kleine Gnome wird sterben. Die heben wir uns auf. Gut, wir warten hier, bis der wiederkommt. Also Leute, bis gleich. So, da sind wir wieder. Es respawnen hier gerade alle. Also müsste unser Bows auch gleich kommen. Und auf den warten wir jetzt. Dass wir sofort Schuss, sobald der da ist, schussbereit sind mit Arcanum-Shot. So. Looten wir mal kurz. Ja, anscheinend dauert das doch noch ein bisschen. Na, da ist er. Na, guck an. So. Zack, zack, zack. Easy geklatscht. Der bringt sogar 15 Hof. Das Gegenstand, Stoff zum Verschicken. So, wir sehen uns vor Jahren nahe wieder, Leute. Bis gleich. Hoi. Da sind wir wieder. Ahoi. Und die Gar. Ne, ich hab keine Ahnung, wie die Sprüche von dem Klingmeister sind. So. Äh, hat die irgendwie Zeit? Nö. Boom. Weg. Gut, dann geben wir mal die zwei Quests da unten ab. Also sehen wir uns wieder beim Questpunkt. Bis gleich, Leute. So. Da sind wir wieder. Ich bin sehr gespannt, wie die hier was Verrückung haben wird. Alles klar. Macht was am Pilzen. So. Wir machen dabei hier was. Savu. Sie hat eine neue Quest für uns. Ich bin schon den Verlassenen. Was? Bringt die verdirbte K... Bringt du in das Kätzchen zum verdirbten Mondbrunnen. Lass es dort freien und bringt es dann wieder zu wieder zurück. Jo, gut. Machen wir mal die Liede. Oh. Wir haben mal die Quest. Dann guck mal genau an. Du, 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 du. Wir machen mal die Liede-Quest. Also sehen wir uns da auch wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das ist eine Liede-Quest. Das liegt aber vor allem daran, dass die Höllenbestien... Elite-Gegner sind. Oder die Folge-Gegner. Liede. Ich glaube, die Höllenbestien waren Liede. Das ist nur gut gegen Militäre. Ja. Ja. Zack. Ein bisschen sind anscheinend die gerade doch da hinten. Ja, die sind Elite. So. Aber die muss ich gar nicht töten. Jeder. Die muss ich gar nicht töten. Die, da muss ich killen im Krater unten. Ja, hier. Teufelswald. Ein Gebiet, das noch von der... Äh... Legion, ja, gepeinigt wird. Zusammen mit dem Ashenvale. Und... Ich glaube, Winterspring auch. Ein Teil davon zumindest. Okay, ich habe den Schrecken. Ich habe den Schrecken. Ich habe den Schrecken. Wo sind die Schrecken? Da sind die Schrecken. Zum Erschrecken. Es sind diese Schrecken. Oh yeah. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. So. Shit. Das legt immer noch auf. Okay. Wenn das Gift nicht funktioniert, ist es doch ziemlich doof zu kiten. Deswegen lassen wir das. Okay. 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 Das ist schon der Nächste. Bestie, Bestie. Haben wir was zum Futteren dabei? Krardinett. Oh lol. So. 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 Gut. Super Elite Quest ist erledigt. Das waren beides wieder hinten Quests. Gut, gut, gut. Dann treffen wir uns beim Questpunkt wieder. In der nächsten Folge. Also Leute, tschüss. Tschüss.